hey leute was geht ab heute wieder hier item shop vom 28 dritten hier in fortnite wir fangen an auf der rechten seite ganz auf der rechten seite ganz hinten mit heiß und kalt gucken wir uns das ding mal an bin ich jetzt nicht so hammer begeistert von gehen wir mal durch die modelle durch ist alles nicht so meins deswegen kriegt heiß und kalt von mir drei von zehn schauen wir ganz kurz wie sind denn da momentan die hot and cold ok hot and cold hat hier tatsächlich 3,7 von 5 bei 10 so dann sind wir mit der dschungel späherin unterwegs die finde ich nicht wirklich so gut gut im dschungel könnte jetzt eventuell aktuell tatsächlich interessant sein durch diese ganzen fahrgebung hier ich denke mit der kann man sich aktuell wirklich relativ gut für 800 wie die dschungel späherin kriegt von mir fünf von zehn ich weiß mega beliebt das ding hier 4,32 von 5 bei 34 der brisler kriegt von mir sechs von zehn so naja doch nochmal 6 von 10 hier gucken wir mal 3,42 von 5 bei 19 wo es für 500 wie bucks der brisler glücklich die lucky picke finde ich nicht so wirklich schön kriegt von mir vier von zehn das ist diese da 2,94 von 5 bei 16 wo es wir haben auf den werkzeug gefickt so dann haben wir den der schön kurz knackig 500 wie bucks macht unter umständen nicht also ich möchte nicht wissen wie oft er sofort den dab hier schon gespielt hat deswegen kriegt der dab von mir 7 von 10 3,5 von 5 bei 20 votes so dann sind wir beim sushi master und check das ding nicht so richtig warum der da ist aber sieht ein bisschen aus hier wie street fighter für arme kriegt von mir 5 von 10 der sushi master und da haben wir aktuell 3,6 von 5 bei 47 votes so beim beefboss ihr wisst ich kann das ding überhaupt nicht ab diesen burger da beefboss kriegt von mir 4 von 10 ich weiß hammer beliebt ich weiß das ding ist hammer beliebt von mir so 4 von 10 4,24 von 5 bei 90 votes als nächstes haben wir den redlings klatscher oder den wäcki 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 wäcker glaube ich heißt das ding mal gucken das ist wo ist es denn beefboss hat die wäcker heißt das ding genau per die wäcker und von mir kriegt das 5 von 10 und hier haben wir jetzt aktuell 4,29 von 5 bei 14 votes so die fliegende untertaste mit mit ketchup mayo den tablets den tablets salzstreuer und pfefferstreuer und hier ein bisschen gurken drauf gurkenscheiben pommes und so weiter fliegende untertaste von mir 6 von 10 die flying saucer 6 von 10 haben wir 3,74 von 5 bei 19 votes dann sind wir auch schon hier mit dem durch dann sind wir hier bei der neuen teil eines sets ach das ist hier wie geil sieht das denn aus das ist ein pokal und der pokal ist an einen baseball schläger genietet alter baseball ja ein baseball pokal an einem baseball schläger mega geil hammer finde ich sieht richtig fett aus das ding kriegt von mir 9 von 10 der durchschlagende erfolg finde ich mega cool 9 von 10 dürfte noch keine noten dafür da sein homerun hier oben hört sich das an der homerun ja in form eines baseballs also hier diese oben der stoff mit den nähten kriegt von mir 4 von 10 ist halt ein standard gleiter so und sind wir bei den neuen im neuen skins angelangt gucken wir uns erstmal hier hinten die double den double play rucksack an mit einem baseball schläger mega geil sieht das aus das ding und vorne haben wir hier den die ball alter die sieht mal fett aus ne die sieht echt fett aus gefällt mir ziemlich gut wow wow double play von mir guck mal da unten handgranaten in form von base baseball bellen cool das ding ist cool kriegt von mir 7 von 10 oder sogar 8 von 10 kommen double play kriegt mal von mir 8 von 10 ich finde die irgendwie cool double play okay so wo ist es denn das wäre jetzt hier oh es sind ja sogar schon teilweise noten da sehe ich gerade alter okay da haben wir sogar 5 von 5 okay wow dann hier der schlagmann auch der cool 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 wow hier den finde ich ja mega mega nice auch hinten dieser baseball rucksack und kriegt von mir auch 8 von 10 der schlagmann finde ich auch mega cool auch hier haben wir momentan schon 5 einmal 5 von 5 echt nice das ding so dann sind wir auch für den heutigen item shop durch tut mir doch einfach mal bitte einen gefallen und belohnt uns für die täglichen videos mit einem kommentar einem abo und einem like da freuen wir uns riesig damit würdet ihr uns auch absolut weiterhelfen ja und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt fortnight daily shop news mit mir dem englisch haut rein macht's gut bis dann und tschüss ich freue mich auf euch damit und eben auf mit mir mit mir mit mir